Ich habe zwei Koordinatensysteme. Bei dem einen nenne ich die Achsen mal x, y hier nach hinten und z hier nach oben. Ich merke mir obendrein die Zeit für alles, was hier passiert in dem Koordinatensystem. Und ich habe ein anderes Koordinatensystem, mal ich mal jetzt komplett schräg ein, mit den Achsen x', y' und z'. Und hier merke ich mir auch die Zeit für alles, was passiert, t'. Und die beiden Koordinatensysteme dürfen sich gegeneinander bewegen. Die Frage ist, wie kann ich diese Angaben vom einen Koordinatensystem x, y, z und die Zeit umrechnen in die Angaben vom anderen Koordinatensystem x', y', z' und dessen Zeit d'. Und zwar nicht klassisch, nicht wie man das so kennt von Newton und Konsorten. Und die Zeit ist immer dieselbe oder unterscheidet sich einfach nur um irgendeine additive Konstante, je nachdem wann ich die Uhr angestellt habe. Sondern dass im Zusammenhang der speziellen Relativitätstheorie ich möchte, dass die Lichtgeschwindigkeit eine besondere Rolle spielt. Dann nennt sich das Ganze diese Transformation vom einen Koordinatensystem auf das andere eine Lorenz-Transformation. Und wir können mal herausfinden, was denn so eine Lorenz-Transformation ausmacht. Das ist die Grundlage für alles, was in der speziellen Relativitätstheorie passiert. Ich muss ein paar Annahmen machen über diese Systeme, Koordinatensysteme, Bezugssysteme. Nämlich, erstens nehme ich an, dass das sogenannte Inertialsysteme sind. Sie sind inertialträge. Das soll heißen, das drückt man typischerweise etwas komisch aus, das soll heißen, wenn ich hier einen Körper habe, auf dem keine Kraft wirkt, dann soll sich der Körper ohne Beschleunigung bewegen, bezüglich dieser Achsen dann. Wenn ich XYZ habe, in Abhängigkeit von der Zeit, für einen Körper, auf dem keine Kraft wirkt, dann soll das so ein Zusammenhang sein, in dem XYZ pro Zeiteinheit um dieselben Distanzen jeweils wachsen oder fallen. Eine unbeschleunigte Bewegung. Beides sollen Inertialsysteme sein. Und beide sollen auch dieselben Einheiten verwenden. Ich möchte zum Beispiel bei beiden die Zeit in Sekunden messen und die Abstände in Metern messen. Was eine größere philosophische Frage ist, wie kriege ich das hin, dass in diesen beiden Systemen tatsächlich die Zeiten und die Abstände mit denselben Einheiten gemessen werden? Das Thema klammere ich mal gerade aus. Das führt zu weit vom Begriff der Lorenz-Transformation weg. Und natürlich sollen die rechtwinklig sein. XYZ stehen im rechten Winkel aufeinander. Und X' Y' Z' in dem anderen. Was man auch lange diskutieren könnte. Wie bestimme ich eigentlich rechte Winkel? Aber ich glaube, hier hat man eine intuitive Idee, wie das zu funktionieren hat. Um das Ganze einfacher zu machen, verlange ich noch etwas, dass die beiden sich begegnen, im Ursprung begegnen, wenn die Zeit gleich Null ist. Wenn diese Zeit gleich Null ist, T gleich Null ist und wenn T' gleich Null ist, dann sollen die beiden so liegen, dass die Ursprünge übereinander liegen. Das macht das Ganze etwas einfacher. Also wenn X' Y' Z' D' gleich Null sind in dem anderen und umgekehrt hin und her. XYZ ist ein bisschen langweilig zu schreiben. Ich schreibe mal nur X' Vektor für XYZ und ich schreibe mal nur X' Vektor für X' Y' Z'. So, das war schon aus Faulheit, dass die beiden sich treffen sollen, wenn die Zeit Null ist. Und ich verlange, dass diese Transformation von dem einen zu dem anderen, wie rechne ich um von XYZ-Koordinaten auf X' Y' Z' Koordinaten und jeweils Seiten, dass diese Transformation linear ist. Das soll heißen, eine lineare Abbildung, sagt man in der Mathematik auch gerne, eine Abbildung, die mit einer Matrix funktioniert. T' und X' die Koordinaten in dem roten System, möchte ich kriegen, indem ich rechne, eine Matrix mal die Koordinaten in dem grünen System. Das soll funktionieren. Eine lineare Transformation. Eine lineare Transformation ist das Einfachste, was man so annehmen kann. Wenn ich das nur mit zwei Variablen veranschauliche, sagen wir U und V. Aus U möchte ich V berechnen. U und V treffen sich am Ursprung. Das haben wir schon vorausgesetzt. Was auch immer das hier für ein Zusammenhang ist. Das Dümmste, was ich annehmen kann, ist, dass ich sage, okay, eigentlich wird das erstmal ein linearer Zusammenhang werden. Zumindest genähert. Also es gibt einen guten Grund zu sagen, wir probieren es hier einfach mal mit einer Matrix. Was Schlimmeres kann man sich immer noch angucken. Das ist in gewisser Weise dann auch was in der allgemeinen Relativitätstheorie passiert, dass man hier keinen linearen Zusammenhang mehr hat. Neben ganz vielen anderen, fast noch wichtigeren Sachen. Hier schreibe ich also eine Matrix rein. Das Endergebnis soll eine Matrix mal mein Original sein. Diese Matrix hier, naja, ich teile die mal entsprechend auf für meine Vektoren hier. Hier steht ein Skalar, da steht ein Skalar, da schreibe ich ein Skalar hin. Dann muss hier ein Vektor stehen, ein Spaltenvektor, drei Zahlen übereinander. Hier muss ein Zeilenvektor stehen. Ich schreibe den mal so, als transponiertes eines Spaltenvektors. Und hier muss eine 3x3 Matrix stehen. Der nimmt hier dieses x und produziert einen Anteil von dem x'. Verlange das, dass das machbar ist. Es gibt eine Matrix, die vermittelt zwischen dem Originalsystem, wenn man so will, bei mir eben dem grünen, dem linken und dem roten, dem rechten in meiner Zeichnung. Eine lineare Transformation. Ich möchte gerne, dass das funktioniert. Diese Transformation hier wird nachher eine Lorenz-Transformation sein. Die Frage ist, was muss diese Matrix erfüllen? Wann ist diese Matrix eine Lorenz-Transformation? Wann nicht? Das kriegen wir gleich raus. Jetzt hatte ich hier schon ein paar Annahmen über diese Situation. Inertialsysteme sind hier bei Einheiten rechtwinklig. Die Ursprünge sollen sich treffen, zum Zeitpunkt 0. Es soll linear sein, dieser Übergang. Und das Wichtigste, in beiden Systemen soll man dieselbe Lichtgeschwindigkeit messen. Deshalb machen wir das überhaupt hier. Wie kriege ich das hin? Der Gedanke ist, ich feuere, wenn sich die beiden Ursprünge treffen. T gleich 0, T' gleich 0. Wenn sich die beiden Ursprünge treffen, feuere ich einen Lichtimpuls aus dem Ursprung mit einem Laser in irgendeine Richtung und lasse den auf irgendeinem Messgerät zum Beispiel auftreffen. Und dieses Messgerät sagt dann, sobald der Lichtimpuls angekommen ist, hallo, hier ist was angekommen. Ich habe zwei Ereignisse. Einmal das Starten des Lichtimpulses, einmal dieses Auftreffen des Lichtimpulses auf dem Messgerät. Beide Ereignisse kann ich mir in beiden Systemen angucken. Und zwischen diesen beiden Ereignissen, Ereignisse heißt Ort und Zeit, muss eine Verbindung mit Lichtgeschwindigkeit bestehen. Und das schreibt man jetzt hin. Was heißt, dass hier eine Verbindung mit Lichtgeschwindigkeit besteht? Wenn der Detektor hier den Ortsvektor x hat in meinem ersten System und das Lichtsignal zur Zeit t ankommt, dann weiß ich, wegen der Lichtgeschwindigkeit, dass die Länge von diesem Ortsvektor, die schreibe ich mal hier mit Doppelstrichen, dass die Länge von dem Ortsvektor sein muss, Lichtgeschwindigkeit mal Zeit. Denn ich habe den Strahl abgefeuert zum Zeitpunkt Null am Ursprung. Es stellt sich heraus, dass das hier ein bisschen ungeschickt anzuhaben ist. Hier steckt ja eine Wurzel drin, Pythagoras, die Wurzel aus x² plus y² plus z². Das macht das Ganze ungemütlich. Ich schreibe hier mal ein Plus-Minus davor. Die Zeit kann negativ sein oder positiv sein. Das heißt, ich erlaube nicht nur, dass der Strahl im Ursprung abgefeuert wird. Ich erlaube negative Zeit, dass der Strahl hier abgefeuert wird und zum Zeitpunkt Null am Ursprung ankommt. Das macht das Ganze gleich etwas einfacher. Denn dieses hier kann ich nun schreiben als das Quadrat der Länge meines Ortsvektors ist gleich c² t². Dann ist das Plus-Minus weg und ich habe wirklich auch ein Äquivalenzzeichen. Hier sehe ich ja nicht mehr, ob t positiv oder negativ ist. Mit dem Plus-Minus hier kann ich zurückgehen. So ist das alles viel einfacher. Das ist aus der Sicht des einen Systems. Es ist der Ortsvektor Null, Zeit Null, dieses Ereignis, mit einem Lichtsignal verbunden. Mit diesem Ereignis Ortsvektor x, Zeit t. T darf negativ sein. Also ich sage nicht, in welche Richtung das Lichtsignal sich ausbreiten soll. Was erstmal nur eine mathematische Vereinfachung darstellt, weil ich jetzt schöne Gleichungen habe. Die Länge von x² ist ja die x-Komponente ins Quadrat plus die y-Komponente ins Quadrat plus die z-Komponente ins Quadrat. Keine Wurzel mehr hier. Die würde nerven. Das habe ich in dem einen System. In dem anderen System muss das aber analog gelten. Wenn ich in dem einen System so eine lichtartige Verbindung habe, die Länge vom Ortsvektor ins Quadrat ist Lichtgeschwindigkeitsquadrat, Zeit ins Quadrat, dann muss das genau dann der Fall sein. Ich mache mal kein Äquivalenzzeichen, sondern schreibe ausdrücklich genau dann, um das zu betonen. Genau dann, wenn in dem anderen System diese Verbindung lichtartig ist. Mit derselben Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja gerade der Witz. Es soll in beiden Systemen dieselbe Lichtgeschwindigkeit gemessen werden. Dann muss immer dieser Zusammenhang gelten. Wenn in dem einen System diese Verbindung zwischen den zwei Ereignissen lichtartig ist, durch ein Lichtsignal vermittelt wird oder werden kann, dann muss sie das in dem anderen auch können. Beide Systeme sehen das Licht von da nach da oder von da nach da fliegen zwischen diesen Ereignissen. Beide müssen auf dieselbe Lichtgeschwindigkeit kommen. Soweit bin ich dann also jetzt. Jetzt haben wir das Ganze schon etwas mathematisiert. Und nun versucht man hier raus, etwas zu lernen über diese Matrix hier. Ich habe ja schon gesagt, wie ich T' und X' aus T und X berechnen können will. Im Prinzip mit einer Matrix. Ich weiß aber überhaupt nicht, was hier drinnen steht in der Matrix. Da dichtet man sich nun was zusammen. Irgendwo hast du mal die Matrix an. T' und X' ist die Matrix von oben, eine Zahl, K kenne ich nicht, ein Zeilenvektor. Ich schreibe ihn mal als Spaltenvektor transponiert. Ein Spaltenvektor und eine 3x3 Matrix. Das muss da irgendwie vorkommen. Mal TX. Original Ortsvektor. Original Zeit. Wenn ich das ausbuchstabiere, steht da K mal T plus das Skalarprodukt aus diesem Vektor L und meinem Ortsvektor. Und für das X' steht da dieser Vektor M mal die Zeit plus diese Matrix N mal meinen Ortsvektor. Das kann ich jetzt benutzen. X' T' kann ich ausrechnen. X' ist dieser Vektor M mal die Zeit plus die Matrix N mal den Ortsvektor. Das kann ich nun benutzen, um aus dieser Gleichung mehr rauszuholen. X' ist der Vektor M mal die Zeit plus die Matrix N mal den Ortsvektor. Das steht auf der linken Seite. Rechts steht C² mal T' Quadrat. C² mal T' K mal T plus L mal X ins Quadrat. Das habe ich hier. Also, wenn das Quadrat der Länge meines Ortsvektors gleich Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat mal Zeit ins Quadrat ist, dann muss auch dieses hier gelten. Buchstabieren wir das hier mal aus. Das Quadrat der Länge von dem hier, A plus B ins Quadrat, gibt A² plus B plus B², den ersten hier ins Quadrat. Also, T² mal die Länge von M ins Quadrat plus jetzt zweimal gemischt. Zweimal T mal M mal Skalarprodukt mal diese Matrix N mal den Ortsvektor X plus und jetzt den hinteren ins Quadrat, also die Länge ins Quadrat von NX. Damit haben wir den ersten und der zweite C² mal K² T² zweimal, Produkt von den beiden, zweimal, ich schreibe mal T mal K mal L mal X plus den letzten ins Quadrat. Also, sobald dieses gilt, dass das Quadrat der Länge von X gleich C² T² ist, genau dann, wenn das gilt, soll dieser Ausdruck gleich dem Ausdruck sein. Das sieht, gelinde gesagt, schlimm aus, aber jetzt kann man sofort einen Teil schon rausschmeißen. Jetzt kommt ein Kunstgriff. Wenn ich einen Ortsvektor X habe und eine Zeit T habe, sodass das gilt, dann kann ich T ja doch durch das Negative ersetzen, hier mit Minus T rechnen, denn das Quadrat nimmt das Minus T weg. Dasselbe muss klappen, mit dem selben Ortsvektor und der negativen Zeit. Also kriege ich diese Gleichung hier unten, aber mit Minus T. Die muss ebenfalls gelten in dieser Situation. Hier steht dasselbe. Dieses wird zu Minus diesem Ausdruck werden. Hier steht dasselbe. Hier steht wieder dasselbe. Hier steht zu Minus das, was da drüber gestanden hat. Und hier steht wieder dasselbe. Ich habe also gleich zwei Gleichungen aus der Situation. Jetzt können wir mal die Summe bilden. Die Summe dieser beiden. Dann steht hier der erste mal 2. Der zweite fliegt raus. Der mal 2. Dieser mal 2. Dieser Kreuztenpfliegt raus. Der mal 2. Also lerne ich, wenn ich die Summe bilde, es muss gelten, T Quadrat mal M Quadrat plus Matrix N mal Ortsvektor X ist gleich C Quadrat mal der erste. K Quadrat, T Quadrat und der letzte. Der mittlere fliegt raus. Und der letzte. Das lerne ich. Und ich kann diese beiden Gleichungen hier voneinander abziehen. Dann fliegt der erste raus. Hier steht ein Faktor 4. Der fliegt raus. Der selbe drunter wird abgezogen. Der fliegt raus. Der letzte fliegt raus. Und hier steht wieder eine 4 davor. Also muss ich haben, dass T mal M Skalarprodukt Matrix X ist gleich C Quadrat mal T mal K mal L mal X. Aus dieser zweiten Gleichung kann ich noch mehr rausholen. Dieses T hier wird höchstwahrscheinlich, können wir jetzt noch beweisen, aber wird wohl höchstwahrscheinlich nicht Null sein. Ich streiche das auf beiden Seiten einfach mal dreist raus. Jetzt sieht man, dass hier T nicht mehr vorkommt. Diese Gleichung hier galt ja eigentlich erst mal nur für diesen Fall, dass der Ortsvektor X Länge ins Quadrat gleich Quadrat der Lichtgeschwindigkeit mal Quadrat der Zeit ist. Eigentlich galt das nur für den Fall. Jetzt kommt hier gar nicht mehr die Zeit vor. Ich muss einfach zu dem Ortsvektor irgendeine passende Zeit wählen, aber die kommt gar nicht vor. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Gleichung hier muss immer gelten. Es muss immer für alle X M mal NX gleich C Quadrat K L X sein. Für alle möglichen Ortsvektoren X. Unabhängig von dieser speziellen Situation mit der Verbindung durch ein Lichtsignal. Das heißt, dass dieser mittlere Term hier immer rausfliegen muss. Linke und rechte Seite geben dasselbe Resultat. Den kann ich weglassen. Jetzt gucken wir uns die Gleichung mit dem Plus an. Die Gleichung, die aus der Summe entstanden ist. Auch die galt ja erst mal nur für den Fall, dass diese lichtartige Verbindung hier passiert. Es muss also T Quadrat gleich die Länge von X Quadrat durch C Quadrat sein. Dann gilt sie. Na schön, das können wir jetzt einsetzen. Also es muss immer gelten, wenn ich hier nämlich T Quadrat gleich Länge von X Quadrat durch C Quadrat einsetze. Länge von X Quadrat durch C Quadrat mal diesen Vektor M ins Quadrat plus Matrix N mal meinen Ortsvektor Länge ins Quadrat ist gleich C Quadrat. Diese konstante K aus der Matrix ins Quadrat und jetzt hier wieder meine besondere Zeit einsetzen. Nämlich nehmen wir die Eigenschaft, dass ihr Quadrat gleich Länge von X Quadrat durch C Quadrat ist plus was da steht. Auch das gilt jetzt für alle X unabhängig von dieser Situation eben. Ich habe ja die Zeit passend gewählt, sodass auch wirklich diese Situation eintritt. Und jetzt kommen wir zum Kern des Ganzen. Also immer unabhängig von der Situation eben gilt dieses hier. Und jetzt rechne ich mal weiter. Was ist dann die Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat mal die Zeit im gestrichenen System ins Quadrat minus die Länge des Ortsvektors im gestrichenen System ins Quadrat? Das ist jetzt wieder mit der Matrix ausformuliert. Selbe Rechnung wie eben. Das ist also C Quadrat mal KT plus L Skalarprodukt mit X jetzt ins Quadrat. Die Zeit hier ins Quadrat minus die Länge von M mal T plus N mal X ins Quadrat. Das kann man jetzt wieder auseinandernehmen. Hier ist eine binomische Formel der ins Quadrat plus 2 mal der mal den plus den ins Quadrat. Hier hinten genauso. Aber wir wissen ja schon, dass diese Kreuzterme rausfliegen. Hier gibt es einen Kreuzterm mit KTLX. Hier gibt es einen Kreuzterm mit MTNX. Die müssen sich wegheben. Also weiß ich, hier bleibt, das ist C Quadrat mal K Quadrat T Quadrat plus LX ins Quadrat minus und jetzt hier den ersten ins Quadrat M Länge ins Quadrat T Quadrat minus den zweiten ins Quadrat. Das hier schreibe ich mal in leicht anderer Form. C Quadrat K Quadrat T Quadrat, den hole ich mal nach vorne minus M Quadrat T Quadrat und jetzt kommt plus, jetzt nehme ich den hier, C Quadrat L mal X Quadrat minus den hier hinten NX Länge ins Quadrat. Das Lustige ist, dass ich jetzt diese Gleichung mit dem Plus von eben, die Gleichung aus der Summe verwenden kann, um diese beiden hier hinten anders zu schreiben. C Quadrat L mal X Quadrat minus N mal X Quadrat. C Quadrat L mal X Quadrat minus N mal X Quadrat muss sein T Quadrat M Quadrat minus C Quadrat K Quadrat T Quadrat. Also die ersten beiden so hinschreiben. Und für diese beiden da hinten kann ich jetzt benutzen, was ich eben aus der Summe meiner beiden Gleichungen gefunden habe. C Quadrat L mal X Quadrat minus N mal X Quadrat. C Quadrat L mal X Quadrat minus N mal X Quadrat muss sein dieser hier minus den. Ich bringe den noch auf die linke Seite, den bringe ich auf die rechte Seite. Also dieser hier minus den. Ich kriege hier, die beiden bleiben, C Quadrat K Quadrat T Quadrat minus M Quadrat T Quadrat. So, jetzt kommt der hier plus Länge von Ortsvektor X Quadrat durch C Quadrat Länge Ortsvektor M Quadrat minus den hier. Den wollte ich ja auf die linke Seite bringen. Minus, und hier kann man offensichtlich kürzen, K Quadrat mal die Länge vom Ortsvektor X Quadrat. Und das kann man zusammenfassen. Das ist nämlich C Quadrat T Quadrat minus Länge vom Ortsvektor X Quadrat. Derselbe Ausdruck wie auf der linken Seite, nur ohne Striche. Dasselbe gerechnet in meinem grünen Koordinatensystem sozusagen mal, natürlich kein Skalarprodukt, sondern ein ganz normales Produkt hier. Was brauchen wir? C Quadrat K Quadrat T Quadrat. Hier führt mir noch ein Faktor K Quadrat. K Quadrat mal minus X Quadrat. Ja, haben wir. Und hier kommt noch minus M Quadrat durch C Quadrat. Minus M Quadrat durch C Quadrat. Hier das C Quadrat hebt sich weg. M mal T Quadrat. Da steht es mit Minus. Und hier minus X Quadrat mal minus M Quadrat durch C Quadrat plus. Da steht der. So haut das hin. Also weiß ich bis jetzt. Wenn ich dieses hier berechne in dem gestrichenen Koordinatensystem, kriege ich dasselbe, als wenn ich in dem ungestrichenen Koordinatensystem das hier berechne und noch mal den hier nehme. Für alle Ortsvektoren X und für alle Zeiten. Das ist eine spannende Geschichte. Also ein allgemeiner Zusammenhang zwischen diesen beiden Inertialsystemen. Wenn ich in dem einen dieses rechne, mal den, kriege ich für das andere das raus. Ich kann schon in gewisser Weise umrechnen zwischen diesen beiden Inertialsystemen. Egal welches T ich nehme, egal welches X ich nehme. Das geht für jedes Ereignis, wir sagen für jeden Ortsvektor X und jede Zeit in dem einen und in dem anderen. Mal, und dieses hier ist ja etwas, was offensichtlich nur von der Transformation abhängt. K war ein Eintrag in der Matrix, M war ein Vektor in der Matrix, beide sind fest. Hier steht immer dieselbe Zahl. Und jetzt brauchen wir noch eine neue Annahme. Die war bisher noch nicht eingebaut. Die Transformation von einem Inertialsystem auf ein anderes soll kein Inertialsystem bevorzugen. Oder nicht sagen, dass eines besser oder anders wäre als ein anderes. Das wäre nicht möglich, wenn hier zum Beispiel die Zahl 3 steht. Dann könnte ich diese beiden in gewisser Weise voneinander unterscheiden. Hier kommt irgendwas raus und ich habe mit 3 zu multiplizieren und kriege das raus. Und nicht umgekehrt, denn wenn ich den habe, müsste ich den mit einem Drittel multiplizieren, um den rauszukriegen. Das wäre komisch. Die einzige Chance, das einzig physikalisch Sinnvolle, was hier passieren kann, ist das, dass hier mal 1 steht. Sonst gäbe es bevorzugte Koordinadensysteme. Oder ich könnte sagen, in welchem Koordinadensystem ich bin. Oder 1 ist besser als ein anderes sozusagen. Oder größer oder schöner. Das soll nicht sein. Deshalb muss da hinten eine 1 stehen. Und damit haben wir nun eine Invariante gefunden. Wenn ich in dem einen Koordinadensystem rechne, Quadrat der Lichtgeschwindigkeit mal Quadrat der Zeit minus Quadrat der Länge des Ortsvektors, kriege ich dasselbe raus wie in dem anderen Koordinadensystem. Das muss in jedem Inertialsystem für dasselbe Ereignis dasselbe sein. Wenn sich die beiden Koordinadensysteme zum Zeitpunkt 0 in ihren Ursprüngen treffen, natürlich. Eine Invariante. Das schreiben wir nochmal groß auf. Also ich weiß nun, Quadrat der Lichtgeschwindigkeit mal Quadrat der Einzeit minus Quadrat der Länge des einen Ortsvektors ist das Quadrat der Lichtgeschwindigkeit mal Quadrat der Zeit des anderen Systems minus Quadrat der Länge des Ortsvektors in diesem anderen System für alle Zeiten, für alle Orte. Nicht nur für Licht. Das ist jetzt eine wesentliche Verallgemeinerung, die man erreicht hat. Ich starte hier mit Lichtsignalen und sage erst mal nur, wenn das genau hinkommt, wenn c²t² minus x² gleich 0 ist, dann muss das im anderen System auch gelten. Wenn diese Gleichheit hier herrscht, wenn die Differenz von den beiden 0 ist, dann muss es im anderen System gelten. Und man bastelt etwas rum und stellt fest, das gilt dann nicht für Lichtsignale nur, sondern das geht automatisch immer. Das muss allgemein gelten für alle x und für alle t und für alle x' und für alle t', die dann jeweils dazugehören. Das kann man jetzt noch ein bisschen hübscher schreiben. Hier auf der rechten Seite das ist, wenn man genau hinguckt, folgendes. So eine Matrix, in der steht Lichtgeschwindigkeit ins Quadrat, minus 1, minus 1, minus 1 und sonst alles Nullen. Ich schreibe nicht alle Nullen hin, ich bin faul. Mal tx und hier vorne Skalarprodukt mit tx. So kann ich das hier auf der rechten Seite hinschreiben. Was diese Matrix mit diesem Vektor macht, ist, sie multipliziert das t mit c² und sie macht das x zu minus x. Und wenn ich jetzt hier das Skalarprodukt bilde, steht da t mal c²t plus x mal minus x. Der hier. Dasselbe mache ich auf der linken Seite. Hier steht t'x', Skalarprodukt, dieselbe Matrix hier, c² minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0. Natürlich hier mehr Nullen, ich bin faul. t'x'. Und das können wir noch ein bisschen besser schreiben. Wenn ich die Matrix hier, wo ist sie? Diese Matrix hier, die von dem einen zum anderen transformiert, einfach mal Groß-Lambda nenne. Ein seltener griechischer Buchstabe. Groß-Lambda. Wenn ich diese Matrix hier Groß-Lambda nenne, dann steht hier ja Groß-Lambda mal tx. Und hier steht genauso Groß-Lambda mal tx. Das heißt, hier habe ich etwas wie folgendes. Lambda mal diese Matrix Groß-Lambda mal tx. Angewendet auf dem Vektor tx. Skalarprodukt mit dieser Matrix. c² minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0. Mal Lambda mal tx. Das kann man noch anders schreiben. Wenn ich diese Situation habe. Eine Matrix mal ein Vektor. Skalarprodukt eine Matrix. So eine Situation. A mal eine Matrix. A mal einen Vektor U mal eine, jetzt Skalarprodukt, mal eine Matrix B mal einen Vektor V. Kann ich das schreiben als U Skalarprodukt, das Transponierte von A mal die Matrix B mal den Vektor V. Das ist eigentlich in der Mathematik sogar dann in gewisser Weise die Definition von der Transposition. Was macht das Transponierte einer Matrix? Ich kann mit der Transposition eine Matrix von der einen Seite des Skalarprodukts zu anderen bringen. Dieses A von der einen Seite des Skalarprodukts hole ich auf die andere Seite rüber. Kann man sich am Beispiel mal angucken, was da passiert. Das ist eigentlich total banal, aber das ist jetzt sehr hilfreich. Mit dem Transponierten hole ich die Matrix A rüber. Das heißt, was hier steht, das Lambda hole ich rüber, ist also Skalarprodukt Tx, Skalarprodukt, wie schon gesagt, mal das Lambda rübergeholt, das Transponierte von Lambda mal c² minus 1, minus 1, minus 1, ganz viele Nullen, mal Lambda Tx. Uff. So, und nun weiß ich, egal was hier an T und x steht, es muss das hier rauskommen. Ich habe also die Situation, ein Vektor mal eine unbekannte Matrix mal denselben Vektor, ist immer gleich für jeden Vektor, den Vektor mal eine bekannte Matrix mal diesen Vektor. Abstrakt habe ich also diese Situation, U, Skalarprodukt, ein Vektor U, eine Matrix C mal denselben Vektor U, ist gleich U mal eine Matrix D mal denselben Vektor U, für alle Vektoren U. So eine Situation habe ich jetzt. Das sieht schon schwer danach aus, als ob dieses C nur gleich dem D sein kann. Üblicher mathematischer Trick, man setzt für U mal eine Summe ein, U ist gleich, sagen wir mal, A plus B, da guckt sich dann den Kreuzterm an. Will ich mir nicht hier antun, einfach nur mal ausprobieren, U gleich eine Summe einsetzen, das muss für alle A, B dann gelten, und dann den Kreuzterm angucken, dann sieht man, dieses C muss gleich dem D sein. Also finde ich hier, dass das Transponierte meiner Transformationsmatrix mal diese Matrix mal das Original meiner Transformationsmatrix gleich sein muss dieser Matrix, die da sowieso schon zwischendrin gestanden hat. Wesentliches Resultat. Das ist meine Transformationsmatrix, die transponiert mal die Matrix C²-1-1-1. Jetzt schreibe ich vielleicht doch mal alle Nullen hin, für das feierliche Resultat hier. Mal die Matrix im Original ist gleich diese selbe Matrix. Das Wesentliche hier ist also C²-1-1-1-1. Das muss meine Transformationsmatrix Lambda, das ist ja diese Matrix, mit der ich zu Beginn gestartet habe. Wo haben wir sie? Dieses hier ist Lambda. Diese Matrix, die muss das erfüllen. Zwangsläufig. Und wenn sie das erfüllt, dann kann man natürlich sofort nachrechnen, dann erfüllt sie dies. Und wenn sie dies erfüllt, dann ist klar, wenn dieses gleich Null ist, lichtartiges Signal, dann muss auch das gleich Null sein, lichtartiges Signal. Das ist dann genau dann, wenn. Wenn ich eine Matrix Groß Lambda habe, die dieses hier erfüllt, dann ist das eine Lorenz-Transformation. Und jede Lorenz-Transformation muss das erfüllen, auch umgekehrt. Das benutzt man dann mathematischerseits als Definition der Lorenz-Transformation. Alle 4x4-Matrizen, die diese Gleichung hier erfüllen. Mathematisch und in der dann etwas fortgeschritteneren Physik nervt hier dieses C². Wenn hier oben eine 1 stünde, sieht das doch viel schöner aus. Wie kriege ich da oben eine 1 hin? Ich messe meine Längen nicht in Metern, sondern in Lichtsekunden. Das ist das Einfachste, um da oben eine 1 zu erzeugen. In einer Sekunde liegt das Licht die Strecke von einer Lichtsekunde zurück. Eine Lichtsekunde pro Sekunde. Na toll, das ist eine Lichtgeschwindigkeit von 1. In den Einheiten ist das viel leichter. Dann steht da oben eine 1. Das ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen, das hinzukriegen. Hübscher ist das Ganze, wenn da oben eine 1 steht. Und das bringt uns zu den Lorenz-Transformationen. Zur mathematisch korrekt Gruppe der Lorenz-Transformationen. Eine Gruppe ist ja nicht nur eine reine Menge von irgendwelchen Objekten, sondern da ist noch eine Verknüpfung dabei. In diesem Fall ist es einfach die Matrizen-Multiplikation oder die hintereinander Ausführung von Lorenz-Transformationen. Erst ins eine System transformieren und dann in das nächste System weiter transformieren. Das macht das Ganze ziemlich offensichtlich zu einer Gruppe. So, was soll das sein? Die Gruppe der Lorenz-Transformationen. Jetzt nur von den Objekten her. Wie gesagt, die Verknüpfung ist die Matrizen-Multiplikation. Nur von den Objekten her ist das die Menge aller reellen 4x4-Matrizen. Prototyp Groß-Lambda mit der Eigenschaft, dass das Transponierte von Lambda mal 1 jetzt, statt Lichtgeschwindigkeitsquadrat, minus 1, minus 1, minus 1, 0, 0, der Rest mit 0 gefüllt, mal diese Matrix ist gleich dieselbe Matrix, die dazwischen gestanden hat. 1, minus 1, minus 1, minus 1, Rest 0. Für diese Gruppe gibt es noch so ein paar alternative Kurznamen. Groß-O von 1, 3. Eine Zeitdimension, drei Raumdimensionen. Eine Zeitdimension, drei Raumdimensionen. Groß-O erinnert an die orthogonale Gruppe. Ich habe Groß-O von 3. Dann sind das alle Matrizen. 3 mal 3 Matrizen. Sagen wir R. Alle 3 Matrizen Groß-R mit der Eigenschaft, dass das Transponierte der Matrix mal die Matrix selbst gleich eine Einheitsmatrix ist. Sieht schon verdächtig ähnlich aus, vor allem wenn ich hier noch die Einheitsmatrix dazwischen schreibe. Das wären die orthogonalen Matrizen. Da sind die Drehungen dabei, aber auch Spiegelungen dabei. Deshalb hier auch Groß-O. Eine Möglichkeit oder etwas klassischer ist zu sagen, die nennen wir Skript L, Schreibschrift L. Wenn man alle diese betrachtet, hat man etwas zu viel für den Alltag. Normalerweise betrachtet man nur Teilmengen davon. Erste Teilmenge, ich betrachte nur diese Matrizen Lambda mit der Eigenschaft, dass hier oben links, dass da ein Wert größer als 0 steht. Das ist ja das, was auf die Zeit wirkt. Hier kommt T mal X an. Das ist, was auf die Zeit wirkt. Ich betrachte nur diese Lambda, wo da oben eine Zahl größer als 0 steht. Das heißt, es ist keine Zeitumkehr möglich. Und das nennt sich dann die Gruppe der Orthochronen, der zeitrichtigen Lorenz-Transformationen. Und wird dann geschrieben als O+. Plus, von wegen da steht was Positives drin. 1, 3 oder etwas klassischer als dieses Schreibschrift L mit einem Pfeil nach oben. Dann können wir uns den Fall angucken, dass die Determinante von dieser Matrix Lambda gleich plus 1 ist und nicht minus 1. Man kann schnell zeigen, dass alle diese Matrizen die Determinante entweder plus oder minus 1 haben. Man geht einfach hiervon aus, bildet auf beiden Seiten die Determinante und findet das Quadrat. Der Determinante von Lambda muss 1 sein. Wenn ich mir nur die angucke, bei denen die Determinante dieser Matrix 1 ist, habe ich die sogenannten eigentlichen Lorenz-Transformationen. Im Englischen heißt das proper. geschrieben als SO von 1, 3 oder als Schreibschrift L+, plus für positive Determinante, plus 1. Was dieses SO angeht, gibt es auch wieder was im Dreidimensionalen, was ähnliches. SO3, die spezielle orthogonale Gruppe. Alle 3x3-Matrizen, reellen 3x3-Matrizen, die wir eben die Eigenschaft haben, das Pronsponierte mal die Originalmatrix des Einheitsmatrix und die Determinante 1 haben, zusätzlich dieses und Determinante 1. Das sind zwischenuntergreifend die Drehungen. Hier ist das Analoge sozusagen von den Drehungen. Es gibt aber eine Überraschung dabei. Man kann diese Matrix hier nehmen, minus 1, minus 1, minus 1, minus 1 und lauter Nullen. Die hat auch die Determinante plus 1, minus 1, mal minus 1, mal minus 1, auch die Determinante plus 1. Und das sieht jetzt nicht wirklich nach einer Drehung aus, sondern das ist die Umkehrung der Zeit und die Umkehrung des Raums. Die ist mit dabei. Das ist vielleicht etwas überraschend. Und wenn man beides zusammennimmt, wenn man verlangt, dass oben links eine Zahl größer als 0 steht und dass die Determinante von dieser Matrix gleich plus 1 ist und nicht minus 1, dann hat man die eigentlichen Orthochonen-Lorenz-Transformationen. Und das sind die spannenden. Da habe ich keine Spiegelung drinnen und die Zeit läuft in der richtigen Richtung. Heißt im Englischen auch gerne Restricted Lorentz-Group. Da sorge ich dafür, dass die Zeit in die richtige Richtung läuft. Vorwärts sozusagen. Und dieses zusammen mit der Zeitbedingung sorgt dafür, dass dann auch wirklich keine Spiegelungen im Raum dabei sind. Das nennt sich dann SO plus von 1, 3 oder Schreibschrift L, Orthochron, eigentlich. Das sind die, die man wirklich dann braucht. Die realistischen Lorentz-Transformationen sozusagen. Das ist nicht so. Das Feeling geht auch an. Untertitelung des ZDF, 2020